Politik ist der Ort, wo wir uns gemeinsam ausmachen, wie wir gut miteinander leben wollen. Wir brauchen diesen Ort Politik und wir als Demokraten, als Demokratinnen haben uns darauf verständigt, dass wir uns dem besseren Argument widmen, dem Wettbewerb um die beste Idee, dass wir die Themen nicht mit Gewalt lösen und dass wir vor allem auch gemeinsam auf dem Fundament des Rechtsstaates stehen. Dieser Rechtsstaat, der beschützt uns vor staatlicher Willkür, vor Willkür insgesamt. Und wer den Rechtsstaat unterhöhlt, der unterhöhlt die Demokratie. Und das ist etwas, was wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Und deswegen müssen wir da glasklar sein, jeden Tag wieder. Der Rechtsstaat ist das Fundament, auf dem wir stehen, auf dem wir das gute Leben in Österreich aufbauen. Ob im Bereich Asyl oder in anderen Themen, wir werden uns diesen Rechtsstaat nicht unterhöhlen lassen. Wir bieten die Stirn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.